Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Diesmal mit ein bisschen einem anderen Video. Ihr seht, heute wir haben ein schwarzes Bild. Warum haben wir ein schwarzes Bild? Gerade einfach, die EU hat den Artikel 13 vor Kürze durchgewunken. Es ist so, dass hier sehr viele Diskussionen waren. Ich verlinke euch unten zwei sehr interessante Videos hinein. Eines von Pizmiss und eines von einem Rechtsanwalt von Dr. Solmecke. Warum mache ich das Video eigentlich? Ich frage mich, wo auch Österreicher ist in dieser Position. Ich spreche jetzt einmal in diesem Fall als Auslandsösterreicher. Mich betrifft der Upload-Filter zwar nicht. Ich sage so wie es ist. Also der Upload-Filter an sich wird für mich nicht gelten. Jedoch trotzdem wird es so sein, dass ihr vielleicht meine Inhalte nicht mehr sehen könnt. Das betrifft also jetzt nicht nur eben EU, sondern das ist dann weltweit. Ich kann so weiter im Grunde ja alles produzieren so wie gehabt. Ich halte mich sowieso an Copyright-Sachen. Das heißt, ich habe eigentlich noch nie Strikes gehabt. Keine Copyright-Verletzungen. Also bei mir ist es eher weniger. Aber jedoch kann es sein, dass durch den Filter, der wahrscheinlich relativ sehr streng ist, einfach Videos von mir da auch hineinrutschen. Ganz einfach. Auch wenn es Gaming ist. Wir wissen sowieso, dass die Gaming-Firmen an sich, eben bei Let's Plays und so weiter, hier muss man sehr aufpassen, auch ebenso, wenn man kritisch ist. Denn die Firmen konnten eigentlich kritische Sachen selbst rausstriken, weil sie sagen, ah, Moment, das ist ja mein Spiel. Somit habe ich die Rechte. Somit will ich, dass das Video gelöscht wird. Man kassiert dann einen Copyright-Strike. Darum muss man halt immer aufpassen. Man sieht es bei größeren YouTubern eher nicht so. Aber bei kleineren, dass auf einmal Videos verschwinden. Das ist einfach, ja, wenn die Firmen halt auch nicht wollen, dass es zu viele vielleicht negative Videos gibt über irgendein Spiel oder so, dann wird das halt einfach rausgestrikt. Das heißt, hier haben wir schon den ersten Teil von Zensur. Und das, glaube ich, ist eine große Gefahr, die jetzt in der EU, mal, ja, einmal regionale EU, euch betrifft es halt voll, jetzt einmal zu tragen kommt. Die EU selbst richtet sich im Moment so, wie sie es braucht. Es ist nur mehr an Frankreich und Deutschland gescheitert. Die haben sich jetzt geeinigt. Die Einigung war eher negativ. Das heißt, es kommt jetzt noch strenger als eigentlich vorher. Das heißt, hätten die das vorher beschlossen, wäre es um 100 Mal besser gewesen als jetzt. Es ist echt, ja, auch aus meiner Sicht, ich verfolge es eben aus Abu Dhabi aus. Ich lese sehr viel, ich gucke viele Videos. Aber für mich ist es unbegreiflich, wie man so etwas machen kann. Mir ist klar, dass Copyright und so weiter ein großes Thema ist. Aber diese Sachen gab es ja auch schon vorher. Das ist ja nichts Neues. Es ist ja nichts Neues, dass ich jetzt nicht irgendeinen Film hochladen kann, von dem ich nicht die Rechte habe oder irgendeine Musik verwenden kann. Das heißt, hier gibt es sowieso schon Strafen. Was ich aber jetzt sehe, definitiv Zensur. Hier geht es dann natürlich auch ins Politische. Ich bin ja kein Kanal, der sich mit Politik befasst oder Religion oder Sonstiges. Aber hier muss ich jetzt doch mal dazu sagen, ich sehe schon so, dass es regierungskritische Videos in Europa dann weniger geben wird. Es wird wahrscheinlich auch weniger kritische Sachen über irgendwelche Religionen geben. Egal jetzt welche. Christen, Islam, egal. Für mich sind alle gleich. Ja, ich sage so wie es ist. Aber hier sehe ich dann natürlich auch, dass es wirklich, wirklich in diese Zensur hineingeht. Was kann man noch machen? Ich bin mir nicht sicher, ob man was machen kann. Guckt euch mal die Videos von Piz Missan und von Dr. Solmöcke. Hier bekomme ich auch Tipps. Denn es ist, glaube ich, sehr schwer. Es gab schon so eine Petition. Über vier Millionen Unterschriften wurde ignoriert. Sie machen im Grunde, was sie wollen. Ich habe wirklich echt keinen Plan, was in Europa los ist. Und in dem Fall, warum ich das Video mache, wo ist Österreich? Wo positioniert sich Österreich? Ich habe ganz wenig noch herausfinden können. Ich habe gerade so ein, zwei Artikel gefunden. Die waren, glaube ich, sogar vom Standard. Dass die ÖVP in diese Richtung will, die anderen eher nicht und so weiter. Aber wo sie sich jetzt wirklich positioniert haben, konnte ich ehrlich gesagt nicht herausfinden. Vielleicht schreibt es uns in die Kommentare hinein. Denn ich habe wirklich nichts herausfinden können. Ich habe auch probiert, irgendwie zu erreichen. Aber es ist erstens Wochenende. Und zweitens, man bekommt natürlich auf solche Fragen wahrscheinlich einfach keine Antwort. Und ja, schreibt es uns in die Kommentare hinein. Ich weiß, meine Zuseher sind deutschsprachig. Also Deutschland, Österreich. Die Deutschen machen sehr viele Videos. Österreich habe ich gar keine gesehen. Keinen österreichischen YouTuber gesehen, der irgendwie irgendein Video oder irgendwas dazu gemacht hat. Denn ich glaube, ich habe es auch nirgendwo in Zeitungen gelesen, österreichischen oder Online-Medien. Wenn das irgendwer berichtet hat, wenn dann nur ganz klein irgendwo. Das wurde irgendwo versteckt. Weiß ich nicht. Gibt es Österreich nicht mehr? Sind wir nicht mehr in der EU oder so? Ich habe keine Ahnung. Habe ich was nicht mitbekommen, dass wir da nicht mehr dabei sind? Aber ich denke doch. Und deswegen war ich etwas schockiert, dass eigentlich von Österreich gar nichts kommt. Also ich habe auch jetzt Webseiten offen, während ich das Video mache. Und ich gucke, ich sehe nirgendwo was. Nicht mal ein Bericht oder so. Auf anderen Seiten liest man eher mehr, heiße.de und so weiter. Also die, die, die sich mit Internet befassen. Die schreiben eher über diese Artikel. Nun natürlich einige größere YouTuber. Natürlich, Kommentare vergesst, die da drunter stehen. Viele sagen natürlich, na klar, ihr seht ja eure Monetarisierung, davon schwimmen und so weiter. Vergesst das mal primär. So wie bei mir, ich lebe nicht von YouTube. Aber ich will schon YouTube weitermachen. Und es wird natürlich auch Sinn machen, wenn ich mich jetzt hinsetze und ein Video mache. Dann will ich auch, dass es in Europa gesehen werden kann. Weil ja, wie gesagt, ich mache deutschsprachige Videos. Und somit ist für mich Deutschland, Österreich, Schweiz. Also mittendrin statt nur dabei in Europa. Für mich interessant natürlich. Und wenn wirklich dieser Upload-Filter kommt, der mich zwar nicht betrifft, aber dafür der Filter, was ihr seht, das sehe ich natürlich dann auch als eine Riesengefahr. Dass ihr dann auch nicht mehr das sehen könnt, was ihr wollt. Natürlich könnt ihr einen VPN, braucht aber einen VPN, der nicht in Europa ist. Dann könnt ihr natürlich andere Seiten natürlich anwählen. Aber ob das jetzt die richtige Lösung ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare rein, was macht Österreich in der Sache. Informiert es mich bitte. Ich bin 6000 Kilometer weg. Möchte aber doch wissen, was in Österreich los ist. Und somit bitte informiert mich. Schreibt es mir rein, wo kann ich was nachlesen. Ich habe überall gesucht. Ich habe sogar bei der Kronen-Zeitung gesucht. Kurier, Standard, alle gängigen Sachen in Österreich. Ich habe nichts darüber gefunden. Ich war echt erstaunt, dass es nichts darüber gibt. Schreibt es mir Kommentare, Meinung unten hinein. Diesmal eben kein Gaming-Video, sondern ein Video zu diesem blöden Artikel 13. Copyright ja, aber Zensur und dieser Art von Filter nein. Und somit bedanke mich fürs Zuhören in diesem Fall. Ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.